So Freunde, damit herzlich willkommen hier zu diesem Video und es ist einfach, es ist einfach unfassbar warm. Sollte ich euch mal zeigen, wie warm es wirklich ist. Wir haben es jetzt genau 30 Grad hier drin. Genau 19 Uhr und genau 30 Grad. Und es ist furchtbar warm hier drin. Man mag sich, man mag sich wirklich überhaupt nicht bewegen. Und das ist momentan auch der Grund, warum jetzt quasi wieder so ein kleines Zwischendurch-Video kommt und kein richtiges Gaming-Video, denn es ist einfach so der Fall. Ich kann hier einfach nicht lange sitzen, ohne dass mir extrem warm wird. Und wenn ich überlege, dass ich so ein normales Gaming-Video nach 2-3 Stunden schneiden würde, es ist hier in meinem Räumchen momentan nicht möglich. Man geht hier einfach nur ein, es sind wie gesagt jetzt 30 Grad, das ist momentan noch Erleichterung pur quasi, weil es in den letzten Tagen schon 32 bzw. 33 Grad drin waren. Und das hält man einfach nicht aus. Deswegen, großes, großes Sorry jetzt hier an dieser Stelle, dass wieder so ein kleines Rede-Video nur kommt und kein normales Gaming-Video. Ich gebe mir in den nächsten Tagen wieder Mühe, dass es ein bisschen abkühlt und wenn es ein bisschen abkühlt, dass ich auch wieder schön Gaming-Videos machen kann. Weil so, aber es ist nicht möglich. Ich kann ja keine 2-3 Stunden allein schon durchgehend sitzen, da geht man eigentlich jetzt schon wieder ein. Es ist einfach, es ist zu heftig, es ist zu extrem hier momentan. Es regnet übrigens gerade im Hintergrund, falls ihr das hört, aber das ist auch nur so wenig und reichen wird es auch nicht. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen bei euch, dass momentan so ein bisschen hier jetzt wieder nur so ein einfaches Lumber-Video kommt, wie vorgestern schon. Und wohl vorgestern habe ich über ein kleines Thema gesprochen. Heute ist es nur so ein kleines Video, das ich auch noch am Leben bin und noch nicht komplett zerflossen bin. Nebenbei. Nebenbei Trinifanta. Deswegen, ich hoffe ganz stark, dass es in der nächsten Zeit nochmal irgendwie regnen wird oder gewittern wird. Auf jeden Fall momentan ist es ja sowas in Nordrhein-Westfalen, wo irgendwie schon ganz schön regnen und es am Gewittern ist. Das finde ich schon ganz schick zu hören, deswegen kommt vielleicht auch ein bisschen was hier hoch, weil morgen soll es ja ein bisschen kühler hier in Hamburg sein. Und am Dienstag sollte es mal richtig heftig werden. Deswegen hoffe ich, dass in der nächsten Zeit hier noch irgendwas passiert, aber momentan ist es einfach unmöglich. Und ja, morgen ist es dann soweit. Morgen geht es nochmal in die Kardiologie. Da hole ich meinen Langzeit-EKG ab und dann bin ich hoffentlich gespannt und auch hoffentlich froh, wenn das ganze Thema jetzt demnächst auch endlich vorbei ist und vom Tisch ist. Und deswegen auf jeden Fall nochmal ein großes Sorry, dass jetzt wieder nichts, nichts Richtiges kommt, aber das, nein, das hält man nicht aus. Es ist einfach zu warm, ich muss ja auch gleich wieder raus, deswegen, ich mache jetzt dieses Video hier fertig und dann sage ich auf jeden Fall, gute Nacht. Obwohl es erst sieben momentan, wo ich es jetzt hier aufnehme, wenn es online kommt, ist es wahrscheinlich neun oder so, ich weiß es nicht. Deswegen, ich sage erstmal, ich wünsche euch noch eine schöne Nacht, wenn es hoffentlich nicht mehr so warm ist bei euch. Aber hier wird es auf jeden Fall noch warm sein. Und dann hören wir uns auf jeden Fall hoffentlich übermorgen wieder zu einem richtigen Mal wieder Gaming-Video, Mal wieder so ein Trash-Video irgendwie. Vielleicht finde ich ein schönes Spielchen, was man auf jeden Fall mal gespielt haben muss. Und dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen und bis übermorgen. Tschüss. 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 Tschüss.